hallo zu einem weiteren wochenupdate video diesmal für den 28 mai wenn ihr das video am freitag schaut dann wünsche ich euch schon mal ein schönes wochenende die woche ist wird spannend beziehungsweise am 2 juni startet ja burning crusade classic ich bin natürlich auch mit von der partie dabei wir schauen uns das ganze an und dazu aber noch ein paar infos später wenn weil es gibt nämlich auch noch eine challenge dazu wenn ihr da mitmachen wollt der wichtigste punkt diese woche beziehungsweise was neu dazugekommen ist ist dass wir endlich wissen wie es mit legendären items weitergeht es war recht unklar wie schauen rang 5 rang 6 aus braucht man rang 4 damit man rang 5 kräften können und so weiter da ist jetzt endlich das update gekommen die lösung und zwar ich stehe jetzt gerade achtung ist das kein spoiler ihr seht da nicht viel von der zone ich stehe gerade im kopf hier und zwar bei der rüstmeisterin für den vorstoß des todes und zwar haben die jetzt endlich eingebaut den foliant der ursprünge ihr braucht dafür den ruf wolvoland bei der neuen fraktion in kofia das heißt einfach dailies könnten und so weiter die aufgaben machen dass ihr so schnell wie möglich den ruf nach oben kriegt wolvoland ist jetzt nicht also das problem wenn wir diesen foliant lernen dann kriegen wir das rudiment der ursprünge das kennen wir ja schon aus anderen videos das ist dieses item da rudiment der ursprünge was unser upgrade item ist wir schauen uns jetzt kurz mal ein legendäres item an ich suche mal gerade ein spezial rüstungen ich glaube ich habe schon erlernt ja unter optionale reagentien ist ja dieses rudiment der ursprünge drin nun wie geht es jetzt mit dem upgrade das rudiment der ursprünge hebt den rang des items um zwei stufen also wenn ihr her geht mit einem rang 1 item ein rudiment der ursprünge einfügt und dann kräftet dann kriegt ihr einen rang 3 item wer zusammenzählen kann der fahrt schon verstanden bedeutet wenn ich mit einem rang 4 item dann und das rudiment der ursprünge einfüge dann kräfte ich ein rang 6 item und das ist momentan das maximale was ja mit 9 1 dann möglich ist was man herstellen kann bedeutet für euch für die die überlegt haben soll ich jetzt noch warten mit ränge wenn ihr im high end content kräften wollt rang 5 rang 6 benötigt ihr mindestens rang 3 beziehungsweise für rang 6 rang 4 also jetzt schon mal die preise steigen schon man merkt dass schwerer homebalk und so weiter nach oben geht denn wir brauchen die gleichen materialien wie wir sie schon für shadowlands bis jetzt immer gebraucht haben verzauberter schwerer homebalk verzauberte lichtlose seite seite eletium erz und so weiter soviel zudem ihr müsst also es ist eigentlich recht simpel gehalten ruf farmen den folian kaufen dann lernt ihr das rudiment und dann könnt ihr eure rang 4 items auf rang 6 upgraden wie wie stellt man das rudiment her vielleicht da noch ein kurzes paar worte dazu und zwar braucht ihr da diesen corfia kristall dieser ist bis jetzt eigentlich nur getroppt innerhalb als in der zone von durch daily quest also wenn ihr dailies macht kriegt ihr als belohnung ab und zu diesen grünen stein den ihr für das rudiment braucht für jedes einzelne legendäre item es sind auch einzelne schätze verteilt in der afterkarte da sind auch schon mal rudiment drin gewesen nicht rudiment sondern der corfia kristall vielleicht fügen die noch andere quellen ein wenn das nicht der fall ist dann kann ich jetzt schon sagen lohnt sich wahrscheinlich in den ersten wochen mit twings diese steine zu farmen also dailies zu machen denn ich kann mir vorstellen jedes rang 6 item jedes rang 5 item braucht diesen stein und ihr wisst selbst wie groß der markt ist für legendäre items 9 1 ist wahrscheinlich nicht so der hype wie es 9 0 war bzw der release aber dennoch wird sich das sehr viel verkaufen also vielleicht auch schon mal ein auge drauf werfen twings doch dorthin bringen damit die dann im stil in corfia delis machen können als kleine goldquelle aber das wird schon mal der tipp dass ihr wisst wo es hingeht das ganze ist auch verkaufbar also ihr könnt auch diesen grünen stein ins auktionshaus stellen und das wird einiges an gold bringen das kann ich jetzt schon mal sagen ich glaube dann wenn die steine drin sind sofern die handelbar bleiben wer weiß vielleicht ändern sie das noch mal kann man damit dem bestimmt einiges an gold machen auch noch wichtig rang 5 und rang 6 items sind logischerweise auch wenn man sie mit dem upgrade item abgegradet hat nach wie vor verkaufbar also das basis item nicht das legendäre sondern das basis item ich habe dazu auch noch ein video und zwar von manches oder wäre richtig ich weiß nicht wie man richtig ausspricht das video kommt mit dem beschreiben in die beschreibung der rede der zehn minuten nochmal um das ganze er hat noch ein paar punkte die jetzt vielleicht nicht erwähnt habe wenn ihr wollt schaut euch das video gern an und lasst einen daumen nach oben da erklärt eigentlich noch mal ganz genau wie das mit den legendären items geht das zu diesem punkt dann nächster punkt wir wollen ja immer ein bisschen noch gold quelle mit rein nehmen was kann man schauen und zwar stehe ich heute im neuen dalaran kleiner tipp viele schauen da gar nicht mehr so drauf und zwar gibt es gibt es ja in näher bluton die bluthändlerin was kann ich bei der machen ich kann bei der blut von sargeras in materialien eintauschen und wie wir schon durch andere videos mitbekommen haben ist lehstein erz und dorfesschiefer erz wird sehr häufig gekauft brauchen sehr viele leute ich habe zum beispiel mit meinem droiden in der droiden challenge auch einiges an lehstein und dorfesschiefer gefarmt dabei kriegt man sogar noch blut von sargeras und habe dann damit lehstein und dorfesschiefer gekauft ihr könnt natürlich auch schauen manche items sind vielleicht noch mehr wert aber ob sich die verkaufen garantierte seller sind diese zwei ärzte also wenn ihr auf euren wo jetzt der hinweis wo hinweisen will wenn ihr auf euren twings ihr kennt es gammeltwings seit legionen nicht mehr angegriffen oder gerade mal vielleicht pfa kurz was gemacht schaut mal ob ihr noch blut von sargeras habt das ist gold was rumliegt tauscht das blut von sargeras im lehstein erz außer ihr seid schmied wenn ihr schmied seid könnt ihr natürlich auch das stahl gebundene geschirr herstellen das ist das reittier aber das soll jetzt wirklich nur ein tipp sein für die leute die die vielleicht mal ihre zwings durchlocken schauen habe ich noch irgendwo blut und vielleicht kann man da das eine oder andere gold mitnehmen dann der nächste punkt und zwar hat sich die classic seite geupdatet da ist die main seite ihr seht wir haben auch das design geändert die die klasse die main seite schaut jetzt ein bisschen anders aus das design ist anders wir haben das ganze auch von der menüführung etwas übersichtlicher gemacht mit drop down menü die werbelinks also meine partner links wenn ihr über die was gekauft sind jetzt wieder hervorgehoben auf der seite der stream und so weiter die classic seite ist auch da kommt jetzt auch noch mal das gleiche design wie da also mit der blog mit dem blog design das kommt noch die tage was die größte neuerung aber ist für euch und zwar ihr wisst ja schon dass wir burning crusade und so weiter alles vorbereitet haben auf der classic seite für den release ich habe immer oft zu euch gesagt wenn ihr das ganze wenn ihr den englischen client spielt dann müsst ihr auf die professions punkt gold goblin seite gehen das ist die da das hat sich jetzt geändert und zwar wir haben das jetzt so gemacht und zwar wenn ihr auf die classic seite geht könnt ihr dort oben auf englisch umstellen und zeit automatisch im englischen menü also für die leute die den englischen client nutzen beim leveln beim farmen für berufe für skill guides könnt ihr dort oben oder auch da an der seite einfach eure sprache einstellen auf englisch ist für viele angenehmer wenn ihr den englischen client spielt war vor allem wenn die ganzen wenn die frage kommt wie heißen denn die ganzen rezepte ihr wisst ihr selbst war selbst oft schon in der position alle materialien alle rezepte für euch jetzt auf englisch auch direkt einfach mit einem knopfdruck umschalten so viel zudem als hinweis damit ihr wisst wo die reise hingeht auf der seite stellen wir auf deutsch um und das war schon der hinweis zum classic kleiner spoiler schon das kommt das video kommt jetzt nach diesem video und zwar wird es so wie es die druiden challenge für retail gegeben hat von 1. mai bis ende mai wird es eine burning crusade challenge geben vom ersten juni bis ende juni will noch nicht zu viel spoilern es geht einfach wieder darum wer kann wie viel gold in der zeit machen infos dann im nächsten video und zum abschluss guter letzt ihr seht dort unten die uhr tickt wer noch eine burning crusade deluxe edition gewinnen will nicht vergessen beim gewinnspiel mitmachen ihr braucht nur auf gewinnspiel gehen habt ihr einmal die deluxe edition und ihr habt mir wieder ihr habt wieder 100 euro amazon gut haben gekauft und das könnt ihr auch wieder gewinnen noch mal zum hinweis auch das letzte die letzten 100 euro hat ein zuschauer aus dem stream gewonnen ist noch 16 tage zeit aber ihr könnt jeden tag eure chance erhöhen indem ihr auf diesen kasperski link es kommt ende der woche kommt noch ein zweiter dazu dann könnt ihr 20 tickets jeden tag dazu holen der letzte gewinner hat das auch gleich gemacht es lohnt sich wirklich wenn jeder jeden tag draufklickt kriegt ihr jeden tag 10 tickets dazu und natürlich erhöht das automatisch eure gewinn chance auch da auf der seite noch mal aufgeschrieben in 900 euro amazon diesen sinn sage ich schon mal wieder vielen dank dass ihr bis jetzt zugeschaut habt die nächsten videos werden natürlich so in sachen retail und klassik weitergehen wobei wir uns vielleicht die nächsten wochen mehr auf klassik konzentrieren wollen bzw auf pc weil er doch einige leute daran interesse haben und auch das ganze level in diesem sinn wünsche ich euch ein schönes wochenende wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da empfehlt es euren freunden weiter und macht bei der nächsten challenge mit